Ramadan ist ein Fastenmonat für die Muslimen in der ganzen Welt. Sie dürfen nichts essen oder trinken vom Morgen bis zum Sonnenuntergang. Sie müssen viel bieten und den heiligen Koran lesen und den Armen helfen. Ich mag den Fastenmonat und ich warte Ramadan jedes Jahr. Am Ende wünsche ich euch ein Gesagnes Ramadan und Ramadan Kadeem.